So, willkommen zurück zu Uncharted The Lost Legacy. Ich spiele so oder so noch ein zweites Mal spielen, um die ganzen Schätze zu finden. Ich spiele es jetzt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad einmal durch, aber ich will jetzt nach Möglichkeit dann auch gucken, dass ich nicht zu lange rumtrödel, nicht zu sehr versuche, die Schätze schon alle zu finden. Er war doch gerade irgendwie da rum. Aber was ich mitnehmen kann, will ich natürlich mitnehmen. Keine Frage. Desto entspannter wird der zweite Durchlauf. Okay, ich soll jetzt hier wahrscheinlich drauf springen. Was denkst du denn? Ein bisschen Uncharted. Hier wird gesprungen und geklettert. Und zwischendurch auch ein bisschen geballert. Man hat ja gesagt von Seiten Naughty Dogg's, dass man komplett andere Animationen hat, komplett, also die Charaktere sich quasi anders spielen als Nathan Drake. Die Steuerung finde ich von Chloe ist tatsächlich ein bisschen träger, aber die Animationen im Kampf, was man so auch in den Trailer und so gesehen hat, fand ich sah schon sehr original nach Nathan Drake aus. Also quasi, dass man einfach das Model geändert hat. Aber tatsächlich, die Steuerung jetzt von Chloe, die ist ein bisschen träger. Also Nathan war da doch so ein bisschen agiler, fand ich. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Was hat der Neuer Beste Board gehört! Dann habe ich mir das video. Alle dakika auszulich sind alle nicht verwendigst. Es waren mit innen, diese Wo kommst du denn her? Hast du einen anderen Weg gefunden? Gibt's ja nicht. Entscheidet euch! Meiner! Schatz! Schatz, zu mir! Na, komm schon! Hier Nadine! Ich hab einen Wagen gefunden! Rumrum! Tschukka 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 tschukka! Guck, ob du mit mir mithalten kannst, ne? Schon wieder Schilder! Wo willst du denn hin? Ich hab keine Ahnung, wo ich hin will. Ganz ehrlich nicht. Tja, sie macht ihrem Ruf alle Ehre. Ah! Ah! Oh! Ah! Wo soll ich denn hin? Soll ich hier nicht hoch? Halt nicht. Mal los. Aber, äh, aber... Aber wo denn? Ach so, sie... Sie will den Wagen haben. Sie hat's nicht so mit dem Klettern anscheinend. Wow! Entschuldigung! Mein Fehler! Scheint sie nicht sonderlich zu lücken. Na gut. Ich komm dann mal hinterher. Entschuldigung. Wir machen um Kisten lieber einen Bogen. Okay, klingt gut. Da vorne. Scheiße! Ich werde das habe! Ich werde das nicht mehr probieren. Ich werde das nicht mehr probieren. Ich werde das nicht anstrengen. Dann kann ich mich hier. Ich werde das nicht mehr probieren. Und dann kann ich, wenn die Pflege wiederholfen. Dann kann ich mal mit. Dann können wir ihn auch aufpassen. Dann können wir das nicht beherrschen. Aber die Pflege machen. Zack, Schatz ist zu mir. Hier gibt es günstiges Büromaterial, falls du was brauchst. Ist dir dein Job immer so gesprächig? Ja. Ja, Chloe ist eine Labertasche. Meistens redet sie über Ärsche. Das hat man in Uncharted 2 gemerkt. Ärsche sind ihr Lieblingsthema. War ich hier nicht? Hallo. Oing. Ja, wah. Das ist direkt über uns. Siehst du? War auch nicht so schwer. Ich nicht. Pingelotus. Das geht ja in den Tiefen, nur nachher. Ich hätte mal so sagen dürfen. Ich brauche nur einen Moment. Das Schloss knacken ist gar nicht so schlecht. Man muss halt immer warten, bis der Controller anfängt zu vibrieren. Oder auch so. Und dann macht Nadine sowas. Oh Mann, und ich mühe mich hier so ab. Blöde Kuh. Herzlichen Dank. Du stehst dann bitte schmiere, okay? Ja. Himmel. Ist ja wie in einem Antiquitätenladen. Er war wohl sehr fleißig. Was glaubst du, was das alles wert ist? Genug, um seine kleine Revolte noch ein wenig länger zu finanzieren. Was genau suchen wir? Geh aus dem Weg, du. Pummelchen. Geh aus dem Weg, ich bitte dich. Mann. Was suchen wir hier? Ganz ehrlich, ich hab keine Ahnung. Oh, schrecklich. So viele neugierige Katzen. Apropos. Touché. Das stört dich nicht? Das sind alles indische Artefakte. Ist nicht mein Kampf. Hm. Zerstörer und Wandler. Salah und der Tiger. Vielleicht ist er näher als gedacht. Also bei Uncharted 4 hat so, oder bei allen Uncharted-Teilen hat man immer so eine ungefähre Vorstellung, was man eigentlich sucht. Aber hier hab ich überhaupt keine Ahnung, worum es bislang eigentlich geht. Ich leime das mal raus. Mach mal. Kein Ding. Fraser. Mhm. Komm her. Vielversprechend. Verschlossen. Nicht mehr lange. Na, darf ich Schloss knacken? Wohin, dass du irgendwas kaputt machst. Was war das für eine Karte? West Gats. Heussaler Gebiet. Scheiße. Nein, schon gut. Nichts, was wir nicht schon wussten. Na, dann mach doch. Scheiße. Was ist doch hier? Ich mach das schon. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ach, komm schon. Ganz schön anstrengend. Wow, wach ich hier. Was ist eigentlich noch nie? S折renge! Was ist wunderschön. Zeit Passt da. Shit, weg hier! Ha. Reden. Eine angenehme Überraschung. Vorsicht Männer, dieser Tiger hat Krallen. Asaf? Ach, all die Jahre. Und du bist keinen Tag älter geworden. Sehr charmant. Suchst du etwa Arbeit? Ich höre Shoreline steht unter neuer Leitung. Ein kurzer Rückschlag. Damit werde ich schon fertig. Na klar, na klar. Aber schade. Meine Männer und ich könnten jemanden wie dich brauchen. Was machst du hier? Denn das ist nicht gerade dein Spezialgebiet. Es ist eine sehr schöne Sammlung, muss ich sagen. Chloe Fraser. Ich sammle Antiquitäten. Eine Diebin. Du arbeitest für eine Diebin. Sir? Wir haben ein Problem. Was? Ich bin gleich da. Die Scheibe. Oh, stimmt. Die Scheibe. Also, zuerst hielt ich sie für einen gewöhnlichen Rebellen. Aber sie haben es geschafft, das Reich der Heussala zu finden. Gar nicht schlecht. Ihr größter Schatz, Ganeshas Stoßzahn, das ist kein leichter Fund. Was tust du da? Drei persische Invasionen, drei verschiedene Kriege. Und nach all den Jahren hat ihn keiner finden können. Wir sind dran. Seid ihr nicht. Und eure einzige Chance, die ihr habt, um seinen Aufenthaltsort zu finden, ist jemand, der euch dabei hilft, dieses Artefakt zu verstehen. Jemand mit umfassendem Wissen über die Heussala-Gesellschaft. Ganz genau. Oh. Ein Experte für ihre Kultur und Geschichte. Mein Honorar ist angemessen. Eine Parasitin. Die unseren Kampf ausnutzt, um sich die eigenen Taschen zu füllen. Hm. Das heißt also nein? Es kann mal nein. Du hast Schneid. Gefällt mir. Aber ich brauche nicht noch mehr sogenannte Experten. Erschießt sie. Werft die Leichen in den Fluss. Nicht nötig. Wir werfen uns selbst raus! Oh, das kam plötzlich. Ich geh da mal, ich geh da mal. Ich geh da mal. Nein, ich glaub das ist falsch. Nein, das ist falsch. Ja, das ist falsch. Hier geht's dann. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ich bin gemischt. Hier drin! Schnell! Na komm schon. Oh, verdammt was sollte das eben? Nicht elegant, aber effektiv. Du wolltest mich ans Messer liefern, oder? Das nennt man Improvisieren. Wer ist jetzt hier unprofessionell? Was zur Hölle soll das heißen? Das heißt, du hast Asaf einen Vorsprung verschafft. Ich frag mich langsam, ob du die 50% wert bist. Wusste ich's doch. Du wolltest mich verraten. Du kannst einfach nicht aus deiner Haut. Du weißt gar nichts über mich. Übrigens, der Letzte, der mich verraten hat, ist tot. Da ist dein Fluss. Ja. Und wehe, dein Typ ist nicht da. Shit! Okay, jetzt bleibst du verschwinden! Na los! Direkt hinter dir! Dann haltet mich auf! Also, das ist gefährlich! Schwimm! Oh nein! Habt sich! Danke! Komm schon! Hast du die Scheibe noch? Ja! Weiter! Aufpassen! Fest im Griff! Ach, also, echt für dich! Genug davon! Wir sind schon ganz schön im Team hier! Äh, ich meine, ein gutes Team! Oh! Okay! Ich bin okay! Wie war denn? Ich bin okay! Nein! Ja! Okay! Doch! Wir verlieren Sie! Wir müssen anhalten! Immer weiter! Nein! Ich hab nicht vor, anzuhalten! Keine Sorge! Das läuft total gut! Du dringst dich durch den Ström! Das läuft total gut! Felix! Du dringst dich durch den Ström! Vergabst du doch! Nein! Das ist so! Schussfall! Du dringst er clever! Hahahaha! Beim Absprung gesehen, OK, da gibt es nichts, wo ich landen könnte! Die lang! Der Fluss ist direkt unter uns! Wir wuschren den Lichtern runter! Und los geht's! Ah! Ok, das war doch meine wilde Verfolgungsjagd. Und wie sieht's aus? Ganz gut. Sollten in einer Stunde da sein. Gut. Ganeshas Stoßzahn. Kein Wunder, dass die Hauptstadt der Häuser da geplündert wurde. Schau dir das Ding an. Glück gehabt? Ich brauch kein Glück. Also etwas Glück könnten wir gut brauchen. Denkst du immer noch an Asafs sogenannten Experten? Keine Sorge. Wenn Asaf nicht schon in dem Gats ist, dann ist er dicht hinter uns. Und er hat Transporter. Warten, hunderte Männer. Wie gesagt. Keine Sorge. Könnte ein Schlüssel sein. Vielleicht. Mal sehen. Ok. Der Dreizack war Ganeshas Waffe. Pfeil und Bogen. Gehörten Paraschurama. Und die Axt. Ein Geschenk von Shiva. Die große Schlacht. Was? Die Schlacht, in der Ganesha den Stoßzahn verlor. Wenn wir diese Symbole finden, finden wir ihn. Nicht schlecht, Fraser. Na ja, du. Kannst meinem Vater danken. Hindu-Mythen waren sein Ding. Hat abgefärbt. Er muss stolz sein. Die Sonne geht auf. Ich mach mich fertig. Gute Arbeit. Wir sind fast da. Ziemlich weit, um einen Streit beizulegen. Für meinen Seelenfrieden, okay? Schöne Aussicht. Sieh mal. Wie seltsam. Ich zweifle nie wieder an dir, Chloe. Ist das Hoisala? Hoisala? Das ist kein modernes Bauwerk. Also sind wir auf dem richtigen Weg. Was? Mir gefällt das nicht. Dir gefällt nie etwas? Nein. Wir sind fast 100 Kilometer gefahren, ohne eine Spur von Asaf. Denk positiv. Vielleicht sind wir Ihnen ja voraus. Unwahrscheinlich. Ich suche den Stoßzahn. Asaf gehört dir. Verstanden. Wir treffen uns bei Wagen. Kapitel 3 Heimkehr. Ich finde es so ein bisschen beeindruckend, muss ich sagen, wie Chloe Nadine so ein bisschen im Griff hat. Ich meine, Nadine ist ja eigentlich schon wirklich eine taffe Braut. Aber, äh, ich meine, Chloe natürlich auch. Aber Chloe ist total, äh, oder Nadine ist total untertänig Chloe gegenüber. Unglaubliche Landschaft. So, jetzt kommen wir hier so ein bisschen in das, ich sag mal, Open World-Gebiet. Ähm, es ist angeblich, oder was heißt angeblich, es ist laut Naughty Dog, ähm, das größte frei begehbare Gebiet aller Uncharted-Teile. Uncharted ist ja mehr oder weniger wirklich ein lineares Spiel. Äh, so ein bisschen aus der Reihe fiel da das Madagaskar-Level in Uncharted 4, was aber auch letztendlich nicht so viele Möglichkeiten, so viele Wege hatte. Ähm, dieses Level hier soll um einiges noch mal größer sein. Und soll tatsächlich, wow, äh, soll tatsächlich so ein bisschen, ähm, mehr Open World sein. Es ist natürlich keine komplette Open World, sondern es ist ja jetzt wirklich hier nur dieses Gebiet. Aber dieses Gebiet ist halt ziemlich groß und, äh, ziemlich, äh, frei begehbar. Da unten ragt dein Ast raus. Versuch mal den Interhaken. Ach, ich hab ne Wache. Ich drücke die ganze Zeit R1, aber es ist bloß, ach ne, nein, ich hab R1 gedrückt. Trottel. Äh, okay. Und jetzt? Der hier? Der hier. Oh, aua. Soll ich nach oben oder soll ich nach unten? Oben. Das Problem, was wir jetzt natürlich hier haben, oder was ich jetzt so ein bisschen habe, ist, äh, es wird wahrscheinlich auch dementsprechend viele Wege geben, wo man Schätze verstecken konnte. Äh, gibt's da unten? Jep, noch da. Wollte nur mal nachfragen. Aber, äh, wir halten uns jetzt hier mehr oder weniger wirklich an die Story und, äh, und gucken einfach, mal, was hier geht. Soll ich fahren? Nein. Macht mir nichts aus. Mir schon. Hab gern die Kontrolle. Okay. Okay. Sacht sie. Gut, ich würde sagen, an dieser Stelle... Lass uns einfach die Ruhe genießen, okay? An dieser Stelle lassen wir uns einfach ein bisschen Laste... Woher weißt du, dass der Stoßzahn noch hier ist? Sonst wäre er doch längst in einem Museum oder so aufgetaucht. Und ich habe keine Heusala-Ausstellungen gesehen. Vor diesem Job hatte ich noch nie etwas von Heusala gehört. Naja, das ist die Schuld ihres letzten Königs. Jung, leichtsinnig, trotzdem mit seinem Reichtum. Er baute für den Stoßzahn eine neue Stadt. Und führte die Perser direkt vor seiner Haustür. Und jetzt uns. Und jetzt uns. So, ich wollte die jetzt erstmal ein bisschen ausreden lassen, aber an dieser Stelle mache ich dann auch erstmal Schluss. Und im nächsten Teil geht's von hier weiter mit Uncharted The Lost Legacy. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.